ARD Text im Auftrag von Funk 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 also er hätte ja genau das war alle roth sind ein rot blick doch roth habe ich doch hier mal was ziehen aber der hat noch eine rote rote 1 also was machen sie denn jetzt ja und du hast noch eine null also gibt es perro es wandert weiter der kämpfe da auch noch eine null einsetzen er gibt mir richtig dreckig in mein gesicht der hat doch gezogen ja ist alles gut ich war ja hier ist aber auch nur unterwegs mein freund ich habe angefechter ich habe angepasst er macht rot er macht rot er macht rot junge das ist so dumm belastend belastend ich habe eine klasse es ist die sieben oder die null der vierkommage weiter die der kartenlos werden perfekt doch komm du bist wieder dran gibt mir noch mal sowas wir spielen jetzt hier ein bisschen team in team spiele ich mit dir schon mal gar nicht das ist perfekt das ist perfekt junge ich möchte ich schmecke gleich doppel aussetzer aber geht doch nur eine runde was geht jetzt was geht jetzt ab was macht der erst mal er macht den der war nicht dumm der war nicht dumm der war nicht dumm stimmt schon wo er hat ne geld ne er hat ne geld er hat ne geld ne 3 was hat er jetzt ne geld ne 3 hat er jetzt deswegen habe ich gerade kein geld gelegt doch kev hat ne geld ne 3 aber ein engineer hat er hat er jetzt gar nicht so gut oder einfach gelöst geht er noch ein paar karten sag ich doch rastet mir einmal ja es war grün leider nein es war gelb du hast doch meine karte genommen nein hey natürlich es war eine gelbe drei du hast meine karten genommen ok 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 ich kann nicht verstehen ich kann nicht verstehen hallo ich verstehe dich ja finde ich gut ich fühle das nicht du hast grün gelegt oh dicker oh was mache ich denn jetzt hier oh damn son ich muss halt ziehen ojo ojo moin meister ja kommt da noch einer oh er macht ne 7 was er tauscht mit kalle voll dumm mega smart mega smart ok warum smart was geht hier ab was geht hier ab er hat auf jeden fall noch eine gelbe 3 das ist nur scheiß auf der hand wir verstehen uns auf jeden fall mal boah was macht sie jetzt die tauschen auch noch mal durch was yo dicker er macht zeiten shit halt's maul oh nee oh nee was geht da was geht da was macht kalle jetzt warum lachen die so oh 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 die schmecken oh die karten schmecken oh kalle die könnt ihr mal richtig sein dreck ja so scheiße oh der kriegt noch zwei oben drauf oh ey wenn ihr spielchen macht der will ich auch spielchen was macht er jetzt er changed einfach auf Was für grün? Warum? Perfekt, Junge. Gelb war gut. Gelb war gut. Gib mir irgendwas aniges, komm. Gib mir ein bisschen Liebe. Junge, das war die richtige Liebe. Oh ja. Hallo, ich möchte auch mitspielen. Was machst du jetzt? Machst du der Gelb auf unerwartet Basis? Chichi? Jawohl, perfekt. Perfekt, Junge. Dann gib mir mal deine gelben Hände mit. Kannst du gerne haben, ist nur Scheiße. Oh, damn, Son. Jaja, du weißt, du weißt, du weißt, Digga, ja? Er tauscht mit mir. Oh, perfekt. Ich fühl's richtig, ich fühl's richtig. Mann, wir brauchen Blau. Kann mal einer Blau machen hier? Macht bloß kein Blau mehr. Du bist ein Idiot. Chet, ich sag's euch. Ich hab die Karte doch grad gezogen. Er macht's mit Absicht. Er hat eine Null auf der Hand, Mann. Er hat eine Null auf der Hand, er will mir alles rein drücken, was er hat. Oh, damn it, ich hab keine Karten mehr, Mann. Ah doch, hier, hier, hier. Perfekt. Optimal. Ah, was soll das? Ich glaub, eine Blau in Null war das. Er hat eine Blau in Null auf der Hand. Macht sie eigentlich blau. Och, fuck. Ach, komm, ey. Jau, Digga, seine Hand schmeckt ja richtig. Oh, Digga, diese Hand. Okay, 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 okay. Oh, danke, danke, danke. Machen so. Machen so, machen so, machen so. Fecht an, der hat Rot. Komm, fecht der an. Echt, fecht mal an, fecht an. Das ist so gut in dir. Ah, scheiße, scheiße. Ich hab das mit Kalle verwechselt. Entschuldigung, Kalle hat die Rot. Ich hab ja Kalles Hand. Meine Karten sind halt bei Perro, ne? Ja, Will. Ja eben. Wir müssen dann das erste, ein ernstes Wörtchen nehmen, ne? Ich hab grad gedacht, Kalle hätte die Karte gelegt. Deswegen, ich glaub, Perro muss anfechten. Kev, du bist dran, ne? Er legt die Grüne mit dem Zwei. Er legt die Grüne mit dem Zwei. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, Digga, hier werden alle Farben einmal durchgechanged und ich darf wieder nicht mitspielen, Mann. Oh, wichtig. Wichtig. Das andere wichtig. Oh, ja. Nicer Tausch, nicer Tausch. Oh, sehr schön. Komm mal, jetzt mach mal was. Gib mir ein bisschen Liebe jetzt. Oh, Mann, er zieht schon wieder bis Uganda. Oh, Mann. Nein! Doch! Doch, das ist gut, Alter. Ich muss wieder ziehen. Das ist gar nicht gut, Mann. Oh, nein. Ich krieg meine Karten irgendwann wieder, Junge, wenn's weiter so geht. Oh, ja. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Damn, son. Rein, rein, rein. Was? Es geht weiter. Weiter, weiter geht's, Junge. Oh, Mann, Derby, was hast du denn für eine Scheiße? Es sind Minimum drei Sieben oder so unterwegs, Mann, ne? Ach, du heiliger, Alter. Ach, du heiliger, das Game mit ewig und vier Jahre geht man... Ach, damit, ich muss diese Karten loswerden langsam. Es sind so viele im Umlauf grad, es sind keine Ahnung, viele Sieben unterwegs. Keine Angst, es sind bestimmt noch zwei, drei, oder? Sag ich doch. Und Kalla hat, glaub ich, auch noch eine Sieben rumliegen. Ach, ich schalte Karten wieder, Junge. Wie musst du denn noch ziehen? Jetzt geh mal ein bisschen schöne Farbe. Oh, fühl ich gar nicht, fühl ich überhaupt nicht. Boah, fühl ich richtig sogar. Richtig schön. Kev hat viel zu wenig Karten auf der Hand, Mann. Also wenn wir es mal schaffen, den ganzen Stapel wegzupieken, ne? Geht nicht, der ist Endless. Nein! Was war das? Was hab ich gerade? Nein, äh, bei 100... Er hat vergessen, ohne zu sagen. Er hat vergessen, ohne zu sagen. Ich hab's angefechtet, Männer. Seid stolz auf mich. Lass halt noch ein paar Karten über. Riss. Arschloch. Der ist ab. Der will, wie willst du noch ziehen? Eww. Ich wollt's anfechten. Direkt, ohne Erbarme. Ja. Ficken. Weil, er hat 50 Karten auf der Hand. Also... Ja, und er hat richtig gelb. Das einzige, was ich nicht hab, ist gelb. Richtig. Wir haben jeder ungefähr 350 Karten wieder auf der Hand. Ja, ja. Ja, ja. Ein bisschen Erdmann muss man ja sein. Kann man maximal nur zu viel drüber spielen? Ja, ne? Ja. Ja. Fick dich. Oh, Bro. Damn, son. Ich muss ja wieder bis 10... Oh, nice. Sehr schön. Sehr wichtig. Komm, er macht diesen. Hast du überhaupt irgendwas Produktives auf der Hand, Kev? Ja. Ja. Echt? Er hat Ja gesagt. Das will ich mir anschauen. Oh! Okay, okay, okay. Ich weiß, was du meinst. Ach, damn, son. Guck dir mal her, ich will auch mal gucken. Oh mein Gott, Junge. Das kann jetzt bis übermorgen so weitergehen. Ist aber gut jetzt, dass du die andere... Er hat noch eine 7 auf der Hand. Ich mein bloß, ne? Also Karl hat noch eine 7. Ja. Ich muss ziehen. Ich muss ganz auch was anschauen. ja schon da wird schon da also ja es ist 100 maximal verwirrend hier okay immer eine andere farbe immer dieses blau ist so ist so ist so wie spielt es jetzt am dümmsten aus so brau 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 es muss in die andere richtung gehen und der mich gönnt halt gar nicht was wollt ihr mit grünen ein glück bin ich nicht drinnen kartenlos werden wollen wir mit grünen so ein ding natürlich auf geht's was machst du jetzt ja ich fühle mag ich fühle es richtig ja okay macht noch fünf seiten wechsel also hey was ich habe noch schneller gesagt als du das gedrückt hast logik doch auch waren oja team in jungen sie machte feiern ein dreck sehr schön ich will jetzt jetzt ist ja wieso es gibt überhaupt noch hier keine mikrofon zerstört wir waren alle gerade so schön unten mit den karten und jetzt geht es langsam wieder wieso lässt du derby auch gedacht auch nichts hat doch er hat was er hat schon mal er hat keine geld er hat nicht mehr viel geld kevin jene mene mu und raus bist du hatte ich aber so macht er hat zwei rote eine aussetzung als war danke perfekt ja das spiel ich wahrscheinlich geil 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 was er ich mach ne schreier legekarte und du mach's da ich konnte nicht anders wenn du jetzt rot machst dann hätte ich dich ich dachte kurzzeitig hat's vergessen oh nee oh nee warum kriege ich denn sowas jetzt wieso kriege ich denn oh nee oh nee komm ach gönn doch mal ey gönnjamin ach man gönnjamin oh chat ich sag's euch gib mal eine rot oder so nein mach keine rot derby hat nur noch rot oder zwei davon auf jeden Fall sind rot er hat seine karten glaube ich wieder ne hab ich nicht jetzt definitiv nicht mehr was hat Kev die karten von Ding vom derby nein er macht die oh Junge die ist perfekt oh nee die ist schmutz oh ja nein man ey man ich ziehe halt direkt eine 0 ey was das hat man nicht gehabt wieder zurück auch nicht schlecht ey Digga ey das ist 0 auf die 7er können wir langsam mal beenden bitte dieses 0 auf die 7er wie dann geht denn das Game schon ich hab nicht mitgezählt damn it dittlstunde 20 minuten bestimmt schon ja oh damn it wer hat denn blau ausgewählt 25 minuten geht das Game schon 25 minuten das ist eine im Spiel schon ja ja gut das hilft jetzt alles nicht ich muss ziehen oh es tut mir leid aber ich hab nichts anderes ziehen können er hat doch bestimmt blau oder weiß nicht mehr nicht color hat blau komm jetzt derby mach was yeah du Idiot oh nein stimmt es geht ja weiter oh nein du bist ein Idiot ey oh nein hat der was oh nein das ist jetzt die Frage er hat rot er hat sehr rot ich ziehe und naja ich muss legen nein oh warte alles gut alles gut Junge wechselt die Farbe jetzt ja perfekt Kevin ja perfekt oh ja sehr schön wichtig richtig du Idiot du Idiot hat der Geld hat der Geld ich weiß es nicht das Ding ist das Ding ist er hat er hat was er hat was er hat er hat was hat er er hat nicht blau er hat safe nicht blau er hat rot er hat nicht blau ich muss jetzt ziehen man ach man ihr kriegt nichts verarscht uns oh nein was machst du denn sorry sorry oh nein ihr könnt auch freiwillig ziehen oh was hat der was hat der nicht was hat der safe nicht gelb safe nicht gelb safe nicht perfekt Junge gelb oder grün hat der safe nicht gelb auf jeden Fall nicht gelb auf jeden Fall nicht ja was der andere Digga moin ja was heißt moin ne schönen Abend Digga oh nein ja mit wem mitzutauschen oh nein komm gönn mal oh nein oh nein oh nein du bist praktisch richtig dumm aber mein Gott boah ich schau mal was für Karten du hast das Game geht noch zwei Stunden ich sie es kommen ich sag's euch oh ein bisschen auf entspannt UNO spielen hier ach Digga das ist schon gar nichts das hat nichts mehr mit entspannt zu tun er hat nicht viel ziehen bekommen er zieht ein einziges Mal ein einziges Mal zieht der Junge was zieht der direkt vier zieht hast du mich habe ich dir irgendwas getan ich hasse euch alle oh nee oh Digga es geht immer weiter seit einer halben Stunde ich habe Karten auf der Hand das Ding ist Derby weiß jetzt was ich habe derby weiß jetzt was du hast derby weiß jetzt was du hast derby ist jetzt ultra dumm und macht einen Fehler seit ungefähr Runde 77 macht das hier schon keinen Sinn mehr und wir sind bei Runde 57 oh schick dich oh was er macht Digga oh was er macht was ist das hier was gibt hier Hartmann was passiert jetzt er hat zweimal rot übrigens er hat zweimal rot wer hat zweimal rot du hast zweimal rot Kev hat den Kev rot derby hat zweimal rot ja Digga jetzt gibt es jetzt mal entspannt blau ja Digga jetzt gibt es jetzt mal entspannt blau er hat rot er hat rot er hat rot ey darf ich auch mal wieder spielen so oder wie schaut das hier aus man ich stimme mich über 700.000 Karten alter er hat die schnauze spiel einfach er mache ich schon keine angst sag bumm her mit den roten ach Digga die alte sind keine roten man was ist das denn ach das ist jetzt los hier doppel aussetzer für derby ach komm jetzt gönn doch mal ach komm jetzt ach Digga ach Digga weißt du was du gemacht hast oh ja schmeckt köstlich schmechtig so ein Ding ist das her damit Junge wieder zurück das ganze ach ne ja Uno macht zu Boggy sagst du ja erst vergessen wie Bock das Ding macht jetzt er gönn die komm endlich nein was kein rot der gewinnt Kalla ja Mai ist nicht diesen lass mich gewinnen ja oh mein gott oh mein gott was ist hier los man hör auf jetzt hör auf jetzt hör auf jetzt wenn er jetzt in 2 ziehen kommt ich sag's euch waaah boah krass volltreffer ey Bruder kauf dir mal ein neues Kabel bitte das war ein richtiger Schlag das war ein richtiger Schlag in die El Cochondres ich sag dir wie es ist Junge Bruder kauf dir mal ein neues Kabel das ist immer noch extrems Digger oh Digger oh 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 man muss gerade wieder loswerden ihr habt mich hier vollgepumpt er will anfechten hä wieso weil du hattest Geld weil du nur Farbe ausgewählt hast die du nicht hast du hättest ja du hättest ja Geld legen können und wenn du Gelb nicht legst und einfach die Wunschfarbe legst und du fechtest an und du hast die Gelb die Karte kriegst du die Karten ach so ach so ach so das heißt wenn ich ah ok verstehe also anfechten heißt er hätte was anderes auch legen können genau aber er hat sich natürlich nicht legen müssen ah ok 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 wenn man es halt anfechtet richtig dann was macht er jetzt er macht Uno das heißt er kann spielen was spielt der er spielt diesen weißt du was legt mir ne 8 legt mir ne grün legt mir ne grün und easy entspannt er hat keine Geld oder hat er ne Geld weiß ich nicht was machst du was hat der lass doch die Farbe er hat grün er hat grünen Klingel er hat grünen Klingel So dumm der er hat bis so dumm er hat bis so dumm oh mein Gott ey noch ne Runde ja all zweiter, oder? Was war das denn jetzt hier schon wieder für ne Runde Uno? wie dann gingen die jetzt eine halbe Stunde? keine Ahnung Für eine Runde... Oh, fast eine halbe Stunde. Ja, Digga. Es gibt ein schönes Renau-Video. Komm, wir wollen uns gestiegen auf jeden Fall mal. Oh, puh, 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 puh. Es gibt ein schönes Renau-Video. Ich hab mich schon so gefreut über die Handkarten, Mann. Ey, zeig euch, wie sitzt man? Kev hat ein paar sachtige 4-10. Ey, ich meine, er hatte gar nichts mit 4-10. Es war nur gelogen. Nein! Alter, Carlo... Bro, Seitenwechsel. Andere Richtung, andere Richtung. Carlo hatte 4-10. Ja, ja, es bleibt die Richtung. Okay, Mann, komm, die Runde geht fix, die Runde geht fix. Wir haben gerade eben eine halbe Stunde für eine gebraucht. Die geht fix, jetzt safe. Ich hab auch schon mal eine P-Suite-Runde gesehen, die über eine Stunde ging. Boah, Alter. Ja, vor allem, wir waren vorhin alles so low, so mit zwei, drei Karten. Warum droppt er die 7 raus? Weil das kann. Was war denn da jetzt so? Warum lässt du mich aussetzen? Weil du es verdient hast. Boah, 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 boah. Was isss hier los, was ist hier los? Vor allem das an blau hat er blau hat der blau kevin ja gut dann anfechten soll er sechs karten gekriegt was wirst du was willst du denn anfechten ja ja was ich hab doch noch an welchen alles war die schwester und der eu fest